Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Schlacht um Mittel Erde 2, The Age of the Ring Mod. Ihr seht schon, wir haben hier immer noch unsere tonnenweise an Spielständen. Hier unten die ganzen Zwischenspeicherungen. Ist ja mittlerweile echt eine Tonne geworden, wenn man sich so anschaut. Allein wie oft ich Moria gespeicherte wurde in Redhorn. Oh Gott. Wenn ich mich da allein zurück erinnere, werde ich wahnsinnig. Ihr merkt schon, heute ist Farbentag angesagt. Ich habe ja meine schönen Lichter und habe gedacht, ich gehe heute mal auf Smooth über. Und wir machen heute ein Smooth Lightning die ganze Zeit. Schauen wir mal, wie gut das sieht. Ich sehe bloß da mein Bild da und so. Pink. Dann wird es langsam wieder gelb, grün, blau. Aber lasst uns erstmal nach Lorien gehen. Darüber können wir später auch diskutieren. Ich habe jetzt gestern bei Alpha Gaming mal vorbeigeschaut. Alpha Gaming TV, muss man wohl sagen. Ich empfehle jedem nochmal reinzuschauen. Ich schreibe es mal unten in den Link rein. Ähm, richtig cooler Kanal macht aktuell Horror Games. Ähm, ich kann diese, ich kann selber keine Horror Games schauen. Also wenn ihr bei Horror Games schauen wollt, schaut unbedingt bei denen vorbei. Mega geil. Äh, und wie gesagt, unten in der Infobox verlinkt. Ich hoffe, dass Alpha Gaming sich darüber freut, dass ich sie verlinke. Oder es cool finden, dass es für sie okay ist. Ich mache es jetzt einfach mal. Und werde ihr in die Kommentare schreiben, dass ich sie verlinkt habe. Ich hoffe, dass sie sich darüber freuen können. Auf jeden Fall, Horror Games, schaut unbedingt bei ihnen vorbei. Schaut, ich glaube, ich habe es gestern halt mal vorbeigeschaut. Weil ich es ihnen versprochen, äh, gesagt habe. Und, mega geil. Und, ja. Reach and watch and follow forward camp. Okay. Scheiße. Es ist ja wieder WSD. Nein. Ah, 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 ah. Ich vergesse jedes Mal, dass ich WSD drücken darf in dem Game. Nee, aber es ist auf jeden Fall mega cool. Wir sind zu zweit und machen coole Videos. Werden wir heute Abend auch wieder ein paar reinziehen am Abend und vielleicht ein bisschen Comments schreiben. Bin ja leider nicht wirklich der große Comments-Schreiber. Aber, ach so, warte mal, ich muss nicht auf den Wegen gehen. Ach, jetzt legt mich doch. So, ich dachte, jetzt komme ich so ganz easy rüber und dann haben sie da einen Berg hin gesetzt. Diese netten, netten Leute. Nee, aber mega cool. Ich habe leider vorhin den Forest Stream verpasst, äh, weil ich da erst aufgestanden bin. Und ich war gestern so spät noch auf. Bis drei Uhr nachts sind noch gezockt und alles drohendran. Aber, ja. Passiert auch zwischendurch. Bei mir aktuell jedes Wochenende. Mit einem schönen Bierchen. Aber auch jedes Mal ein anderes Bierchen. Das ist immer was Neues. Immer was Neues durchprobieren. Ja, deine Quest beginnt schon die ganze Zeit. Alter. Ich kenne die Person noch nicht mal. Stell dich doch dir erstmal vor. Wer bist du? Idrir. Okay, jetzt habe ich eine Division auf einmal. Warte, ich soll... Oh Gott. Alle versteckten Divisionen finden. Okay, das hätte ich wahrscheinlich auch machen können. Das wäre easy, einfacher gewesen. Easier. Perfekte Deutsch war wieder von mir. Perfekt. Perfekt. Halt dir. Rie dir hier. What word from Karas Galenraun. Fellowship are being proofed by Moria Goblins in Distan Woods. Then let us make haste before they are slain. Ach, jetzt leckt mich doch. Wo muss ich denn jetzt hin? Rescue the Fellowship. Wo sind das? Da unten. Nach da unten, Leute. Schnell. Alter. Ja, ich habe jetzt natürlich nur Bogenschützen. Ich könnte natürlich eine Division umwandeln, aber ich habe ein paar wenigstens, die Schwertkämpfer sind. Schauen wir mal, wie gut das funktioniert. Die werden wir eh später noch in Helms Clump finden. Normalerweise sind die dort auch vertreten. Hey, das ist das falsche Zeitpunkt für das Horn. Sammelt euch! Ich muss ihn beschützen. Ich muss ihn beschützen. Ich muss ihn beschützen. Sammelt euch! wir sollten sie im beschützbereich lassen holisch und wir sind neu hä, was ist jetzt los, hä, was, hä, wieso, hm, hat schon wieder jemanden sterben lassen Mann, ich kann das nicht, ich gucke ja nicht auf 100.000 Läden Och, jetzt leckt mich doch Ja, okay, aber schau mal Ich habe leider kurz oder vergessen, wie die Games heißen, warte mal, das will ich jetzt nachschauen Wenn, dann mache ich das richtig, Alpha Gaming TV Es gibt leider immer so viel Alpha Gaming Das ist problematisch Ich muss einfach nur mit Commentsystem rein schauen Tag Dann finden wir die ganze, ganze Das Problem ist halt, dass viele Namen drei oder viermal verwendet werden in Systemen Oder halt in YouTube Und dann werden hier, Alpha Gaming TV, das hört man zusammen So Einmal drauf gehen Ich will zu dem Kanal, Jungs Naja Muss ich echt nochmal machen Aber auf jeden Fall, Link ist unten verlinkt Ähm Schaut unbedingt mal vorbei Sind echt cool Ja, ich halte das so aus Ich weiß nicht Immer 3000 Aha, da ist ja die Diese Blutung Lauf einfach nach da vorne Du musst da unten lang Oder weiß ich von was Von dem du weißt Du kennst die Welt ja besser, aber Ich sag mal, wir gehen da lang, wo ich vorhin auch war Ach, ich kann die Zauberei auch noch rufen Ich vergesse jedes Mal, dass ich die ganze Zauber habe Aktuell bin ich auch wieder, bin ich mal am Conan Exile spielen Dieses, das Survival-Game, was ja auf der Original-Conan-Serie so ein bisschen basiert Sind auf jeden Fall Also ist ein sehr cooles Ist ein sehr cooles Spiel Ich habe jetzt mittlerweile mein eigenes Server mal gehostet Weil die anderen immer so schlechte Pings hatten Und, ja Ist halt dementsprechend teilweise Kacke Ich tue jetzt die auf STRG 1 setzen Weil ich nicht die nachher mal verliere Habe ich die direkt Also sind hier doch direkt irgendwo die Gold Bogen schützen Feuer Zum Glück sind diese normalen Goblins nicht stark Was uns einen extremen Vorteil bietet in dem Fall Without Delay Wo sind denn die jetzt schon wieder? A1 drücken Euch ziehen wir alle mal zurück Einmal alle Hallen Schreit zurück, 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 zurück Das ist unsere Straße Haltet nach dem Fallen Ausschau Mein Ende ist nah Wer sind denn es? Nein, 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 nein Was soll man denn davon halten? Ihr werdet dieses Land nicht besudeln Flieht oder sterbt Oh, ich habe gleich einen Helden verloren Ohne dass ich Schaden bekomme Oh, cool Rescue the Follarship Das ist gerade die Follarship Zu Cara Sanders Wir gehen jetzt hier zurück Direkt über den Seitenpfad Wie gesagt, ich vermute, dass ich nachher kämpfen muss So eine richtige Kampfmission Mein langer Weg war es schon bis jetzt Ihr seid immerhin Was? Hey! Wir stoppen nicht, bis wir zurück sind Okay, vielleicht sollte man doch stimmen Die schicken wir vor Feuer frei, macht sie fertig Männer Gondors Das sind so diese typischen Diese typischen Sprüche, die das Spiel Also was du im Spiel immer hattest Da unten liegt Gold Ich habe schon irgendwie Deswegen vermute ich halt irgendwie Dass wir kämpfen müssen Und ich wette, wir müssen dann Wieder die Gemeinschaft schützen Wollen wir schnell aufstellen Warten, bis die Hobbits da sind Und über die Brücke Wir sollen doch nach Galadriel Hä? Wo muss ich da anderswo hin? Das ist komisch Da bin ich doch vorne drüber Nee, ging gar nicht Ich habe gleich irgendwas komplett Dann können wir das eben auch noch abholen gehen Aber die Mission ist schon zu denen zu kommen, oder? Ja, ich habe einen verloren Das geht Nee, wo ist ja denn Der ist schon wieder da Ich werde dich nachher schauen Ich werde dich nachher schauen Wir werden dich nicht Go vor Ah Wir müssen Saurons Diener vernichten Wo die Level Und dadurch können wir eigentlich schauen, ob wir Missionen abgeschlossen haben Nee, also fehlen uns noch Helden Helden Heroes Level 3, Level 3, Level 3 Hä, aber wenn ich nicht über die Brücke komme, wie dann? Okay, unten gibt es noch Hä? Das ist mal eine ganz blöde Frage Irgendwie Wenn ich ihnen sage, geht nach Das geht nicht mal Ich komme hier nicht mal hin Bin ich jetzt gespannt Wo wollt ihr hin? Wo geht ihr lang? Wo geht ihr lang? What the fuck? Das sind sogar levelte Orks What? Das ist aber wieder eine Klippe Hä? Ja, aber wohin denn Ach nee Boromir Ich habe es auch kapiert Aber irgendwo muss man doch Bitteschön Ah, das ist nochmal Ich werde mein Volk verteidigen Alle wieder auf 1 legen Ach du, Himmelhilfe Bereiten wir uns Oh, Elf Fremd Niederhand Für Gondor Was? Was? Was do you mean? For our people Oh Zieh eure Waffen, Elf Wir müssen unsere Heimat verteidigen Anadulu, Annie und war muss stand halten das ganze verliebt wird echt diesen das ist ja voll und diesmal wenn ich die Sperrkampfer fort schon mal lassen die Sperrkampfer sind steig nahe zu uns wenn unsere Kräuter sehen werden wir müssen jetzt einen separaten Weg gehen ich bin nicht sicher, dass hier eine gute Idee wäre wir müssen hoffen oder wenn wir das verlieren jetzt speichern wir aber weil das geht wieder schief aber davor sage ich vielen Dank fürs Zuschauen ich hoffe euch gefallen wenn ja lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder wo wir das heimliche Haus von Galadriel beschützen und hoffentlich nicht zweimal wieder die Mission machen müssen also bis dann Ciao Outro 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 Outro